Na hallo zusammen, hier ist wieder Otschela und heute bin ich wieder für euch in Battlefesten unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mountguide präsentieren. Heute geht es nämlich um einen Roofmount und zwar den Anquanischen Wellenrochen. Diesen bekommen wir, wenn wir bei den Anquanern auf den ehrfürchtigen Roof uns hochgespielt haben und dann zusätzlich noch 500, nein 250 von diesen schicken prismatischen Mana-Perlen investieren. Jetzt vielleicht die Frage gleich vorab, bekommen wir das Horden-Pandor auch, wenn wir das Allianz-Pandor kaufen und da gucken wir mal rein, Nassiatar und ihr seht, ich habe den Anquanischen Wellenrochen, aber nicht den von den Entfesselten. Heißt, wenn ihr beide Mounts haben wollt, müsst ihr sowohl bei der Horden-Fraktion als auch bei der Allianz-Fraktion einmal bis auf ehrfürchtig hochspielen. Wie ihr das am besten macht, will ich euch jetzt mal erklären und zwar gilt es jetzt für beide Fraktionen, das Beste, was ihr machen könnt, immer wenn die Emissary Backup ist, also diese Abgesandtenkiste, macht die. Die bringt 1500 Ruf und es gibt nichts, was mehr Ruf bringt. Die ist alle paar Tage da, die solltet ihr mitnehmen, höchste Prio. Nebenbei könnt ihr dann natürlich täglich hier verschiedene Worldquests machen, die bringen nicht sonderlich viel Ruf, meistens nur so um die 75 rum. Dann gibt es noch einen Haufen Dailies, die ihr annehmen könnt, die bringen auch nicht sonderlich viel Ruf, außer irgendwie zwischen 50 und 75 Ruf. Das nächste, was ihr dann noch machen könnt, es gibt insgesamt vier Baumbosse, die ein Ruf-Token droppen. Das ist, glaube ich, sind 350 Ruf. Das ist relativ gut, solltet ihr einmal die Woche machen, dass ihr diese Ruf-Token-Bosse abklappert. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht, werde ich euch gerne einmal verlinken. Das nächste, was ihr dann noch angehen könnt, sind Pet Battles. Und zwar gibt es hier insgesamt, ich glaube, 12 Pet Battle Meister im Gebiet. Und wenn ihr die das erste Mal besiegt, bekommt ihr eine Quest, dass ihr 250 Ruf bekommt, weil mal 12 sind es 3000 Ruf, die ihr insgesamt hier durchbekommt. Und das könnt ihr sofort abschließen, also die sind immer da, diese Pet Battle Meister. Und wenn zusätzlich noch, wie hier zum Beispiel die Worldquest ist, dann bekommt ihr, wenn ihr das erste Mal abschließt, für die Worldquest den Ruf. Ich glaube, das sind 75 plus nochmal die 250. Also ihr könnt auch immer nur die dann abschließen, wenn die Worldquests ab sind. Oder ihr klappert einmal alle ab und habt dann dementsprechend, ja, 3000 Ruf gespielt. Pets, die ich dafür empfehlen kann, sind einmal Knochi und Icky. Und da, ja, bei allen das Gleiche hier, klirrende Kälte drauf, Kleinhacken, dann schwere Klaue, Schar. Und dann hat sich das eigentlich mit fast allen von diesen Gegnern erledigt. Und ihr kriegt relativ viel Ruf an der Stelle. Genau, das sind soweit die Wege. Es gibt dann auch noch diesen Vertrag, den ihr euch draufpacken könnt. Kann recht praktisch sein. Und bei allen möglichen Mobs gibt es noch Items, die ein bisschen Ruf bringen können. Würde ich aber nicht empfehlen, die zu farmen. Das ist zu zeitintensiv. Da lieber auf die altenmodische Weise mit Dailies und Worldquestes angehen. Genau, soweit dazu. Mana-Perlen kriegt ihr eigentlich über diese ganzen Wege auch relativ gut rein. Ich habe jetzt die 250 investiert, mir das Mount gekauft. Ihr solltet euch im Klaren sein, dass ihr diese Mana-Perlen auch fürs Gearen brauchen könnt. Ihr könnt eure Azeriteile bis auf 430 bzw. eure Offset-Teile quasi auf 425 basteln. Dementsprechend sollte man überlegen, ob man das mit dem Main kauft oder nicht. Vielleicht lieber mit dem Twink hochballert und mit dem Main sich das Gear holt. Je nachdem, wie hoch ihr raidet, kann das relativ stark für euch sein. Bloß als kleine Randnotiz. Nicht, dass der ein oder andere sich das Mount kauft und dann sich ärgert, dass er sich eigentlich sein Schar hätte integrieren können. Genau, das war es mit dem kleinen Video. Zu dem Anquana-Mount verhält sich es eigentlich genauso wie bei dem Entfesselten. Dementsprechend sind selbige Aktivitäten notwendig, um den Ruf zu steigern. Und wie ihr gesehen habt, man braucht ja blöderweise sowohl einen Horden als auch einen Alichar, um sich beide Mounts holen zu können. Und muss auch mit beiden den Ruf haben. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Telar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.